Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Ihr seht richtig, heute geht es um Hedera, um HBAR, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Es wird mal wieder Zeit für ein paar Altcoin Update Videos, nachdem jetzt wir den großen Pump hinter uns haben. Jetzt können wir uns langsam aber sicher mal ein bisschen auf die Korrekturen einstellen. Wo sind günstige Nachkaufpunkte, wo kann man nochmal sein Portfolio optimieren. Und deswegen stelle ich euch heute mal ein bisschen Hedera vor. Darüber bin ich selber schon etwas länger investiert, werde aber hier auf jeden Fall nochmal bei gegebenenfalls bei den Punkten, die wir jetzt ansprechen, auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Wo das sein wird, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auch die Glocke aktivieren. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Dort kriegt ihr immer die aktuellsten Infos. Und wenn ihr auch HBAR kaufen wollt, beziehungsweise Hedera, könnt ihr das auch gerne bei BingX tun. Den Link dazu findet ihr unten wie immer in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein damit. Wir fangen mal an mit CoinMarketCap. Wie sieht es da aus? Wir haben eine MarketCap von 2,6 Milliarden. Ist jetzt kein Low Cap mehr. Das heißt, man darf jetzt auch nicht zu viel erwarten von einem potenziellen Bullrun, dass wir hier noch 100x machen. Dafür ist das Projekt wahrscheinlich nicht mehr geeignet. Aber gut, wer weiß das schon. Wie gesagt, nach MarketCap ist es einfach zu viel. Wir haben eine Circulating Supply von 67%. Auch schon mal ganz gut. Also es ist nicht so, dass wie bei WorldCoin, glaube ich, noch 99% auf dem Markt irgendwann früher oder später gedumpt werden. Deswegen werde ich hier auch niemals vorstellen. Und ansonsten, ja, könnt ihr euch gerne den Rest mal auf CoinMarketCap angucken. Wir traden momentan bei knapp 8 US-Dollar Cent. Hatten jetzt vor kurzem nochmal einen Dump auf knapp 7 US-Dollar Cent. Und wenn wir uns jetzt mal so den Verlauf angucken, so von den letzten Wochen, so der letzte Altcoin-Season-Run, den wir jetzt hier hatten, hat hier begonnen. Mitte Oktober und ging dann bis hier hoch in unsere Widerstandszone bei 10 US-Dollar Cent. Ein knapp 125-prozentiger Pump. Jetzt können wir es uns natürlich einfach machen. Wir ziehen uns das Fit-Level vom Pump-Beginn. Und dann gehen wir mal hoch bis zu unserem High, was wir hier gefunden haben. Da sehen wir, okay, Golden Pocket, also normalerweise immer dieser Retest-Bereich, der in einem Uptrend getestet werden sollte, kann man so gut sagen, sollte dann zwischen 6,7 bis 6,5 US-Dollar Cent hier unten irgendwo wieder gefunden werden. Würde auch derzeit sehr, sehr gut passen. Wir hatten jetzt hier die ersten zwei fetten Abverkaufswellen. Wir hatten auch jetzt hier einen sehr, sehr langen Docht hinterlassen. Das heißt, da unten liegt noch eine Menge Liquidität. Mit Volumen technisch würde es auch sehr, sehr gut passen, dass wir hier einfach nochmal kurzfristig tiefer gehen, ins Golden Pocket eintesten und dann die Rallye nach oben hin fortsetzen. Jetzt gehen wir mal in die größeren Timeframes und schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Wie sieht nämlich da das Gesamtbild aus? Da seht ihr schon etwas oder zumindest ein paar Ähnlichkeiten. Ich finde, man hat hier eine extrem hohe Ähnlichkeit zu Chainlink. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Chainlink-Chart erinnert. Auch da ging jetzt wirklich eineinhalb Jahre, wirklich nichts passiert. Ihr könnt euch daran erinnern, wir haben immer so zwischen 5 und 10 Dollar immer wieder hin und her gekauft. Und genauso lässt sich das eigentlich auch bei Hedara momentan machen. Zumindest jetzt mit dem letzten Abtrend. Gleiches Spiel wie bei Chainlink. Wir hatten uns einen Abtrend. Wir hatten nie den Retest ins Golden Pocket. Wir sind immer durchgefallen. Aber sobald dieser Retest eben ins Golden Pocket drinnen war, dann ging es wirklich ab hier. Deswegen, wie gehen wir jetzt hier weiter vor? Wir haben noch kein wirkliches Breakout gesehen. Genauso wie bei Chainlink hat es damals ewig gedauert. Also hier sind wir jetzt bereits zweimal zurückgewiesen worden. Wir haben das Golden Pocket, wie gesagt, noch nicht getestet. Also das wäre jetzt so Step Nummer 1. Step Nummer 2 wäre dann maximal das 0,786er nochmal zu testen. Das heißt hier in diesem Bereich zwischen 6 US-Dollar Cent und 0,057 US-Dollar Cent. Das sind so die Zonen, wo ich jetzt ganz, ganz mal fest einplanen würde für mögliche Nachkäufe. Wem das Ganze aber momentan, sage ich mal, ein bisschen zu spekulativ ist, den würde ich dann eher raten, okay, wenn dann jetzt möglicherweise hier bei 8 Cent, das finde ich immer noch ein sehr, sehr guter Einstieg, vielleicht 25% hier nochmal reinzugehen. Und ansonsten sollten wir hier unten in diese Kaufposition kommen zwischen, ich sage jetzt mal Golden Pocket und 0,786er, dann die restlichen 75% von dem Budget, die ihr eben in diesen Altcoin reinstecken möchtet. Worst Case Szenario, auch das müssen wir natürlich mal ansprechen, das würde momentan hier unten liegen, immer noch bei knapp 4 US-Dollar Cent. Das war auch unser Bärenmarkt-Tief derzeit. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir dieses Tief nochmal antesten. Momentan für mich eher wahrscheinlich ja eben, wie gesagt, das Golden Pocket und das 0,786er. Es wäre noch ein bisschen Damp-Potenzial, ist natürlich klar von den jetzigen Kursen, da wären wir auch nochmal bei 30%, aber man muss hier dazu sagen, wir sind bereits hier unten jetzt schon bei den 5 Cent damals eingestiegen. Wenn ihr jetzt hier einsteigt, wir sind immer noch nicht in einem 100%igen Bullrun drin, das heißt man muss auch bei Altcoins immer noch sehr, sehr vorsichtig agieren, beziehungsweise hier nicht zu viel hoffen, dass sobald ich diesen Altcoin kaufe, wir sofort nach oben hin pumpen. Das wird nicht passieren, deswegen lieber in Etappen reingehen, deswegen ist jetzt auch mein Plan hier nochmal 25% und dann hier unten nochmal in dieser Zone möglicherweise nachzukaufen. Aber übergeordnet, solange wir nicht diese Range nach oben hin durchbrochen haben, das heißt solange wir keinen Daily Close über 10 US-Dollar-Cent kriegen, befinden wir uns hier in dieser Range und können hier in dieser Zone auch weiterhin akkumulieren. Sollte dann aber wirklich dieses Breakout dann kommen, ist das Potenzial sehr, sehr groß, dass wir hier ziemlich schnell in Richtung 18, 19 US-Dollar-Cent aufsteigen. Das heißt, wir haben hier schon mal einen 80-90%igen Pump-Möglichkeit, weil wir hier in diesem Abverkauf, der damals relativ zügig stattgefunden hat, das war im April 2022, überhaupt keinen Widerstand aufgebaut haben. Also keine wirklichen Verschnaufpausen gehabt haben auf dem Daily, es ging schnurstracks nach unten und das ist dann eben der Vorteil für uns, dass wir hier relativ zügig dann bei einem Breakout möglicherweise unsere Einlage rausziehen können. Ihr kennt meinen Plan, sobald ein Altcoin wirklich 100% Gewinn gemacht hat, ziehe ich meinen Einsatz raus, lasse nur noch die Gewinne drin laufen und mache erstmal gar nichts damit. Und suche mir dann die nächsten Zonen. Das werde ich dann eben hier auch machen, jetzt mal den Durchschnittspreis angegeben. Wenn wir jetzt hier kaufen bei 80 und dann sind wir hier unten bei, ich sag jetzt mal 6 Cent eingestiegen. Das heißt, wir haben momentan eine Entry von 7 US-Dollar-Cent. Das heißt, bei 14 werde ich auf jeden Fall mal meinen Einsatz rausziehen, beziehungsweise bei 15 irgendwo so grob in der Ecke und dann hier oben dann nochmal ein bisschen genauer nachgucken. Wie weit kann es im Bullrun gehen? Das werden wir uns jetzt im Endeffekt so wie bei den anderen Altcoins mal relativ einfach angucken. Und zwar ziehen wir unser FIP-Level von unserem All-Time-High. Das lag hier oben bei knapp 57 US-Dollar-Cent. Also ihr seht schon, hier ist noch ein, ja ich sag jetzt mal maximal 8, 9x erstmal provisorisch drinnen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Wir haben das 0,5er hier oben erst bei 31 US-Dollar-Cent. Das Golden Pocket bei 39 bis 40 US-Dollar-Cent. Und dann eben das All-Time-High bei 58 US-Dollar-Cent. Und das sind auch die großen Zielzonen, wo ich dann nochmal größere Gewinne erwirtschaften würde. Das heißt, erstmal ist wichtig, dass der Entry raus ist. Das heißt, dass das Eigenkapital raus ist, wo wir eben in diesen Coin rein investiert haben. Den zweiten würde ich dann sehr, sehr wahrscheinlich entweder hier nochmal nehmen an dieser Widerstandszone oder beim 0,5er Fibonacci Retracement Level. Dritten Take Profit, dann im Golden Pocket. Wir führten beim All-Time-High. Und dann für mich maximal momentan wäre das 1,618er, weil das sind immer die Level, die gerne in einem Bullrun angelaufen werden. Dann wären wir hier nach jetzigem Stand, wenn wir uns das mal angucken, bis zum 1,618er hier oben bei knapp 1000%. Man muss aber immer dazu sagen, und das habe ich ganz am Anfang gesagt, wir haben hier bereits eine Market Cap von 2,7 Milliarden. Wenn wir hier ein 10x machen, wären wir hier schon bei 27 Milliarden. Und das immer so ein bisschen mal in Vergleich setzen. Wo wären wir da so bei der Market Cap, 27 Milliarden, wären wir so im Bereich gut XRP oder USDC. Ist vielleicht eine Möglichkeit, muss Projekt aber liefern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt schreibt gerne mal eure Meinung unten rein. Seid ihr bereits in das Projekt investiert oder seid ihr jetzt nicht? Wenn ja, warum, weshalb? Etc. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch irgendwelche All-Coin-Budget habt, ich habe schon gelesen, gestern XRP. XRP kommt sowieso jeden Freitag, also das braucht ihr nicht unten reinschreiben. Aber alle All-Coin-Budget, die ihr jetzt momentan habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein. Würde ich mich darüber freuen. Dann besprechen wir die eins nach dem anderen in den nächsten Wochen. Das war es von mir. Ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wenn ihr Hedara kaufen wollt, kann ich euch nur meinen Partner BingX empfehlen. Und dann war es das von mir. Wir hören uns dann, denke ich, morgen früh. Hoffentlich zu einem kleinen Bitcoin-Update wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay crypto. Ist das möglich. Vielen Dank.